Oh nein, jetzt kommt ein neuer Panzer. Mach dir doch mit Absicht. Ihr wisst, dass ich noch keine Verteidigung habe. Ah, ihr Mistkerl. Ah, ja. So kann man Feinde auch verhindern, dass er einen angreift. Na komm. Ich hasse es einfach. Oh nein, sie beschießen mich schon wieder mit alle. Fahrt halt noch näher an den Feind ran. Ja, noch mein Commander ganz vorne mit dabei. Genau. Scheiß Drecksdinger. Das mochte ich sowieso nie. Warum kann ich das denn in dem Register bleiben, wo ich zuletzt war? Wird doch viel schöner. So. Konstruktion abgeschlossen. Bauen wir mal wieder ne Mauer aus Landsat Turmine. Äh. Okay. Speichern. Nochmal. Boah, ich speichere heute echt wieder oft. Egal, speichern. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man speichert. Doch, ja. Speichert oft. Das ist... Konstruktion abgeschlossen. Willkommen dieses trügerische Gefühl, dass sicher... Heid. Fickt euch. Fickt euch. Ins Knie. Auf den Scheiß ständigen Angriffen, ob kommt, baut er das Ding hin. Nee, 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 nee. So einen Turm, so einen Turm baue ich jetzt auch noch. Warum baue ich eigentlich nur aufhängen? Ich könnte auch mal ein paar Bunga bauen. Bunga. Bunga, Bunga. Bunga, Bunga. Bunga, Bunga. Keine Ahnung, was ich damit sagen will. Wenn ihr es wisst, sagt es mir. Ich weiß es nicht. Konstruktion abgeschlossen. So, keine Ahnung. Ich denke einfach mal das Gebiet damit ab. Äh, äh, äh. Bunker mit leichten Geschütz. Genau, was ich jetzt brauche. Eine völlig nutzlose Verteidigungseinheit. Ich sollte vielleicht mal woanders speichern. Pff, wozu? Oh, Gott. Kreis so tot, Kreis so tot, Kreis so tot. Ha, ihr trefft's ja nicht richtig. Aha. Sie öffnen das Feuer, ja. Hä? Achso. Ich mach da nicht gleich wieder meinen Turm kaputt. Was seid ihr denn für Freunde? Oh, ich lade ihn nicht mal ein zu Kaffee und Kuchen. Das könnt ihr jetzt vergessen. Ihr könntet euch ja automatisch wieder eine Gruppe zuweisen. Oh mein Gott, sie schießt mir da. Und wo kommen die Artele... Oh, von irgendwo dahinten. Das wird jetzt wieder ein Krampf werden. Ich muss also ganz dahinter. Nein, ich muss es nicht. Ich muss es nicht. Ich muss, ich muss dahin, da. Billig Bucke. Oh, was? Artefakt entdeckt. Artefakt? Nein, nicht dahin. Schieß dahin, dahin. Jetzt macht die Adlerie platt. Macht die Adlerie platt. Können die Lens auf mich schießen? Können die auf mich schießen? Ich hoffe... Äh, nicht. Ich schieße mit dem Gs auf mich. Wie lustig. Guck mal an. Dieses kleine Ding. Ja, die schießen durch die Wand. Alter. Wallhack. Komm. Hä? Woher habe ich jetzt auf einmal... Was? Was? Egal. Keine Ahnung. Der Beude wurde angegriffen. Äh, ja. Ist mir gerade wurscht. Ich mache jetzt erstmal die Adlerie hier platt. Und dann... Adlerie, ne? Die scheiß Bunker. Die Wallhacker können das später kaputt machen. Oh, oh. Das sind Lanser. Das ist, das ist jetzt ungut. Da hinten hört die Map auf. So. Die Stellung. Können wir die auch noch von der unten platt machen? Geht. Geht. Komm. Komm. Ja. Ach, wenn wir schon gerade da sind. Warum machen wir nicht noch mehr platt? Ja, die können durch die Wand da rauf schießen. Warte. Hat es eben nur so ausgesehen. Okay. Okay. Besser. Ich sammle die mal privat. Weil... Hallo? Was machst du da? Was machst du da? Ey, ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub es einfach nicht. Nee. Einfach nur selten dämlich. Hopp, jetzt fährt eins mal alles dahinter. Alles fährt jetzt davor. Oder hinter. Dahin auf jeden Fall. Ey, es steht ja immer noch da. Hallo. Fahrt ihr da jetzt mal weg? Oh, das ist doch einfach nicht wahr. So, und jetzt dahinter, verdammt. Ist doch einfach nicht wahr, ey. Sag mal. Nee, nee, nee. Oh nein, nicht mein Commander. Geht weg. Ich hab grad eure... Was? Warum bist du so noch du eins? Kein Wunder ist die nicht wegfahren. Okay. Rückkehrzwecksreparatur. 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 Ich kann nicht mal dreimal hintereinander dasselbe sagen. Ach, ich bin so geil. Ja, genau. Sag mal. Versteht ihr das unter Reparatur oder was? Raketen an den Gegner zu schießen. Komisch, aber der Dur hat... 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 Ich hab einen Knoten in meiner Zunge. Und bin geistig zurückgeblieben. Tja, da kann man nix machen. Die dampfen schon von der leichten Beschädigung? Was zur Hölle sind das für Gebäude? Da fällt mir ein, ich könnte doch ne Fabrik bauen. Na ja, das wollte ich ja ursprünglich noch machen. Fabrik. Fabrik. Bau. Bau eine Fabrik. Danach baue ich noch eine. Jejeje. Ich übertreib's mal wieder völlig jetzt. Nämlich 20 Milliarden Dinge baue, die ich gar nicht brauche. Konstruktion abgeschlossen. Obwohl doch, Fabrik brauchen wir immer. Komm. Ich will eine mit 20 Schlot-Schlot-Schein. Schot-Schlot-Schein. Schlot-Schein. Schlot-Schein, ja doch. Konstruktion abgeschlossen. Verdammt. Ich bin mal wieder zu allem fähig. Tja, tja. Konstruktion abgeschlossen. Habe ich nicht gesagt. Du sollst zur Reparatur zurückkehren. Gruppe 3. Mit den Zähnen knirsch. Ich würde in die Tischkante beißen, aber dann würde ich nochmal mit dem Mikrofon wieder verrutschen. Konstruktion abgeschlossen. Was sind das überhaupt für komische Weise Linien? Stromkabel oder was? Boah, ey. Die sind überhaupt fest befestigt. Da fällt noch jemand drüber. Da passiert ein Unfall. Als was das kostet. Das Sicherung macht Hackfleisch aus euch, wenn ihr die einfach so liegen lasst. Klinge halt immer noch da. Soll er drüber und drüber stolpern, wenn sie das Genick brechen? Ihr seht uns ja nicht. Wir sind sie ja nicht. Voll der Mob. Nein. Oh, ich muss schon wieder neue Einheiten bauen. Das geht mir so auf den Sack. Könnt ihr einfach mal aufhören zu sterben? Wäre das nicht irgendwie möglich? Drei. Vier. Okay, drei Bauts, drei Bauts. Drei Bauts, drei Bauts. Zwei davon. Zwei davon. Zwei davon. Oh, geil. Frisch von der Reparatur und schon wieder kaputt, ne? Ah, komm. Jetzt vernichtet halt das Ding. Und jetzt fahrt er endlich runter. Der Riesentmob da immer. Nein, Moment, ich muss sechs bauen. Nein, fünf. Fünf. Bau noch einen Lenser mehr. Produktion abgeschlossen. Hör, was? Wo, wann, wie? Hä? Ah. So, wem weise ich dich denn zu? Dem da. War der richtige, oder? Ja. Produktion abgeschlossen. So, und dem da? Okay. Ach, komm, das sind doch nur so... Pfff, was ist denn das? Ist doch lächerlich. Irgendwie ist der Gegner nur am Anfang. Produktion abgeschlossen. Also, direkt am runden Anfang irgendwie mächtig, aber... Sobald man erstmal minimum koordiniertes Vorgehen gehabt hatte... Oh Gott, was spreche ich da schon für geiles Deutsch? Das ist dafür doch total einfach, oder? Weil ich bin jetzt einfach in der Basisneig fahren mit... Äh, geringsten Verlusten, das ist... Also, dafür ist es ja auch schwer spiel. Ich weiß ja, da fand ich... CNC 1 oder 2 schwieriger. Bedeutend schwieriger. Gut, andererseits, da war die KI auch richtig mies. Tsk. Oh. Ihr geht mir auf den Sack wieder an, scheiß Lancer. Das ist meine Strategie. Denkt euch vielleicht was eigenes aus. Ich weiß aber, wo denn ihre Fabrik ist. Das ist wohl das Hauptproblem, das ich momentan hab. Egal, ich fahre jetzt erstmal da rauf, schnapp mir das Anefakt, mach noch ein wenig was da platt und... Oh. Die sieht so riesig aus, die... Basis... Ihr habt alles repariert. Gut, fahrt mal da hin. Ach, das sind die Ausgänge für die... Reparaturplattformen. Jetzt kapier ich das erst. Ja. Bin ich schlau. Schlauer Hund, ich. Ich brauch einen anderen Motor, ey. Irgendwas, was auf Gas gibt. Da sind so viele Panzer von mir. Warum dauert es so lange, den einen da kaputt zu machen? Warum? Ich hab doch sogar Panzerbrechner Munition, oder? Ja, freilich, die hab ich irgendwann mal erforscht, irgendwann. Oh, haben wir verloren. Kein Geld. Was weiß ich. Ich bin bis offen. Meine Generäle sind alle bis offene Idioten. Das erklärt auch, warum ich immer noch nicht gewonnen hab. Komm, macht mal hier schnell alles platt. Das heißt, das ist die Lancer. Alles, was Lancer hat, ist gefährlich. Warum fahren die Commander immer so weit vorne hin? Warum? Das muss doch einen Grund haben. Oh, der dampft schon ein bisschen in der Lancer-Tour. Na, dann gib mir ihm jetzt den. Ich seh die Fabrik. Würdest ihr jetzt mal die Freundlichkeit haben, diesen Verfick? Einige Basis ausgelöscht. Na, geht doch. Oh ja, Commander, stell dich ganz vorne hin. Wehe, du stirbst jetzt. Wehe, yeah. Geil, der Commander ist beschädigt und die Hälfte allein.